Hi Leute, letzte Folge war nicht schlecht, ich weige, ziemlich viel Action und Joker, aber jetzt geht es weiter mit, ähm, wie heißt er? Gordon auf dem Dach. Ah, stimmt ja. Das Finale, Eike, der zweiten Episode, weißt du noch? Natürlich könnten wir nicht da sein, wir sind ja Bruce Wayne und Bruce Wayne war da, äh, ich hätte mich bedenkt, ich hatte ein anderer Weinen zu tun. Waller hat mich zurückgepfiffen. Geil, da ist er noch böse auf, Frau Leike, die böse Frau. Ja! Genau. Ich glaube, man sollte der Frau null vertrauen, oder? Vor allem, dass ich sie nicht weiß. Die weiß Bescheid, die weiß doch Bescheid. Gefallen? Lucius Fox. Ja, oh. Ich weiß, er war dein Freund, und ich brauche nicht, dass ich zu den Todes spreche. Aber ich denke, er könnte ein paar schade Sachen sein, bevor Riddlers Attack auf Wayne Tower war. Er könnte nicht der Mann, den du glaubst. Eike? Ja? Lucius war ein Heiliger. Ich habe das nicht gewusst. Sie bewegen sich auf dünnen Eis, Jim. Äh. Lucius war ein Heiliger. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, oder, Eike? Heiliger. Oh nein, Eike. Was? Jetzt schaut er seine... Wie heißt das? Jetzt gehen seine Ermittlungen in die falsche Richtung. Jetzt denkt der Bruce Wayne, der ganze Drahtzieher. Bruce will helfen, er ist auch ein Freund. Ah. Ja. Was denn, sagt er, dass er keine Freunde haben? Oh! Verdammt! Oh, Eike! Siehst du's? Natürlich. Alles kommt wieder zurück. Wie ein Bobarang. Und trifft uns im Arsch. Ich glaube, es wäre egal gewesen, oder, Eike? Was man mit Bullock gemacht hätte. Ob quatschen, bestrechen oder K.O. schlagen. Ich ballte ihn in mein Auge. Bruce Wayne ist sauber. Ich weiß, was es so aussieht, Gordon. Aber Wayne ist nicht schrecklich. Du bist falsch, du weißt. Diese ganze Sache, es hat nicht aufgehört. Gott, die Sicherheit ist aus mir ausgelöst und ich kann es nicht verhalten. Ich weiß, dass dein Freund Katwoman in der Stadt ist. Ich habe ein Rapschick, das hat sie für Leben gelegt. Vielleicht kann ich nicht auf Bruce Wayne gehen, aber ich kann auf sie gehen. Verdammt. Jetzt müssen wir gegen Jim Gordon noch arbeiten, Eike. Halten Sie sich da raus. Tun Sie, was Sie wissen. Ja. Ich kann nicht sagen, dass Sie die Wahl verbrechen, Jim. Ja. Als nächstes ich zurückgekommen bin, bin ich nach einer Taskforce. Wir sollten uns jetzt auch nicht Jim Gordon verquetschen. Nicht wahr? Ja. Ich kann nicht sagen, dass wir kommen. Ich habe nicht Lust, dass wir nochmal mit der Polizei am Hals. Wenn ich Selina und sie wegkommt, werden Gordon und die Polizei mich verbrechen. Aber wenn ich nicht, dann lasse ich sie in Gefahr. Nicht vergessen, dass ihr beide nach dem Laptop seid. Gordon könnte deine beste Chance sein, sie zu schlagen. Unfortunately, wir sind aus dem Zeitpunkt. Okay, Eike. Warte mal, ich muss jetzt kurz mal Pause machen. Also, Eike. Eike, hörst du mir zu? Ja. Also, Eike, wollen wir jetzt, dass Jim, wenn wir Gordon darauf hinweisen, ah, da ist Selina Kyle, Catwoman, da hat sie nicht schnappt, aber dafür ist dann Catwoman nicht mehr auf unserer Seite, oder wollen wir Bescheid sagen, aber dafür weiß Gordon dann nicht mehr so unser Freund. Aber dafür kriegen wir dann den Laptop von Catwoman. Was machen wir? Gibt nur zwei Möglichkeiten, oder was? Äh, er geht zurück. Start. Es ist meine Schuld, dass Gordon so so ist. Ja. Ich will ihm alles erzählen, aber ich kann es nicht. Können wir nicht. Können wir ihm vertrauen? Ich höre, vertrauen sie uns. Ich vertraue ihr. Sicher? Okay. Ja. Ich vertraue ihr, Al. Aber kannst du ihr vertrauen, um das richtige Ding zu tun? Du wirst wissen, was da gemacht wird. Ja, das ist die Frage. Okay, Eike, das ist jetzt die Frage. Sagen wir, sagen wir ihr, dass das Schied für sie auf ihren Fersen ist und vergrätzen uns dafür, ähm, jetzt schon Gordon, oder machen wir es nicht? Vergrätzen wir ihn einmal? Nein. Was? Nein, wir wollen doch, dass Selina keiner auf unserer Seite bleibt, weil wir uns dann noch diese ganze Geschichte mit, ähm, im Heck. Okay, dann abbrechen. Damit sie uns dann den, damit sie uns dann den, den, ähm, okay, dann abbrechen. Damit sie uns dann den, ähm, eine Nachricht senden. Ja, dann abbrechen. Nein, wir müssen die Nachricht senden. Wenn wir die Nachricht nicht senden. Ich hab doch gerade gesagt. Wenn wir die Nachricht nicht... Vergrätzen wir ihn. Dann vergrätzen wir ihn. Nein, wenn wir die Nachricht nicht senden, dann sind wir auf Seite von Gordon. Hast du nicht verstanden? Ja, vergrätzen wir Gordon. Indem wir die Nachricht senden an Cassini. Idiot. Dann mit sie uns dann. Du hast gerade was anderes gesagt. Nein, du hast mich falsch verstanden. So, okay, schicken wir sie. Nein, ich habe gesagt, schicken wir sie, vergrätzen wir uns mit Gordon. Ja, müssen wir es machen, ja. Dann hast du gesagt, nein, aber das dürfen wir. Und sie uns dann den Laptop besorgt. Dann so werden wir das senden. Ja, 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 also los. Es ist Donau. Ich hoffe, Gordon hat es persönlich nicht. Was will er ja schon machen? Wieder ins Gefängnis stecken? Nicht wahr, Eike? Äh! Eike, guck mal! Eike, guck! Ja. Siehst du es? Was? Da! Ja, das Gesicht. Das ist... You can trust me. Das ist er. Mein Schnurrbart. Ihr Mustache. Mein Schnurrbart. Sie will, dass sie mein Schnurrbart loswerden. Mein Schnurrbart ist ein Symbol der Gerechtigkeit. Du denkst, ich weiß das nicht, der Batman? Hört man den jetzt einfach in der ganzen Stadt oder hier oben? Ich habe ihn nicht, seit ich ein Baby war. Nein. Geht's rüber hin? Aber nur ganz langsam. 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 So, Erumschaft gibt, wenn man das bis zu Ende anschaut. Oh, Pizza, mein Schnurrbart. Hm, lecker. Jim, I'm... I'm sorry. It's okay. I hope you never know what's like this. Der Verlust eines Schnurrbart, ist das das Irrnest? Okay, ich glaube, er ist fertig. Oh, Batman und Joker, Eike. Das erste Mal. Hi. Hallo. So, äh, John. Mein Name ist John. John Doe. Und Joker. Aber das wissen die doch noch nicht. Aber, äh, was hast du hier gehört? Ich habe gar nichts gehört. Natürlich hat er nichts gehört. Oh, es ist einfach... Was ein Freude. So schön, dass ich dich endlich treffen kann. Hand geben oder nicht hand geben, Eike? Hand geben. Hand schicken. Warte, wer kommt, bis es frotzweil nimmt. Er kriegt einen Elektroschock. Ich wollte noch gucken, wie er geschaut. Wow, ziemlich eine Gruppe, die du da hast. Du musst schweißen, dass du ein Blut bist. Wegen des Handschütteln, wegen des Handschütteln? Ja, das wäre hier bei Bruce gesagt. Ich hätte jetzt eher wie den Rohrschacht-Test gedacht, dass er weiß, dass wir Batman sind. Mann, oh. Jetzt wirst du mir John in, äh, Robin-Kostüm vorstellen. Moment mal. Warum will er uns den Laptop besorgen als Batman und dann als Bruce Wayne? Du weißt doch, manipulieren. Ja. Aber wieso macht er es gleichzeitig noch an Bruce Wayne und dann noch an Batman? Ein großer Butt, Eike. Äh, ich kann keine Ausnahme machen. Das hängt von dir ab, nur dieses eine Mal. Das hängt von ihr. Nur dieses eine Mal. Das hängt von ihr ab, ich sag ja. Ja. Das hängt von ihm an, was sie tut. Ja. Wenn sie schützt die Innocenten, dann würde ich sie verhören. Wow, das ist... Du wirklich... Das ist das, was die Dedikation sieht aus. Aber wenn ich den Laptop habe, dann gibt es keine Ausnahme. Also, win-win. Win-win. Also, wenn du auf den Laptop, was ist die Möglichkeit der Begründung der Begründung? Immer mit der Begründung oder die Explosiven als eine Distraktion? Oder... Du weißt, was? Ich will ihn. Wenn ich dich war, dann würde ich einen Freund zu helfen. Das ist eine großartige Idee. Ich hoffe, Bruce ist da. Er kann alles für mich machen. Alles. Oh, eine letzte Sache. Oh, nein. Nicht noch ein Selfie. Ich bekomme diese. Äh, behalten lassen oder Selfie auf unserer Stirn, Eike? Behalten lassen. Ja, ausnahmsweise. Auch wenn es ein typischer Batman ist. Wir sehen so cool. Ich meine, du bist cool. Ich bin nicht, ich bin nicht normal cool. Aber neben dir, ich sehe cool. Oh, das wird super auf meiner Wolle sehen. Danke. Laptop. Nach dem Stack-Deck. Deine Beziehung zu John hat sich verändert. You won't be disappointed. Ja. Jetzt ist er nicht nur Bruce Wayne, sondern auch Batman-Fan. Kommt an der nächste Tabettenmasker. Oh, 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 oh. Wahrscheinlich. Oh, er hat ihn gefunden, Eike. Angeblich ein Maulwurf, den er vermutet. Ja, Mr. Freeze ist ja hier quasi der Technik-Mann. Ein Eis-Explosive für das Feuer-Fail-Safe, die wir antizipieren, encountering. Das ist nicht der impressionste Detail. Äh. Sie sind krank, beeindruckend. Sie hätten nicht sterben müssen. Ja, sie hätten nicht sterben müssen, genau. Sie hätten nicht sterben müssen, genau. Diese Leute brauchen nicht zu sterben. Es gibt andere Werte. Vielleicht bist du besser für das Thema der Geschäftsführung. Die Leute, die du da töten, sind nicht glücklich. Wir leben in einem verletzten Welt. Wir leben in einem verletzten Welt. Wir leben in einem Verletzten und verletzten Verletzten. Oh, ich wette, Bane wird ihn den Kopf abreißen. Das wird übel, das wird ganz übel, Eike. Sind wir jetzt eine Ratte oder sind wir auf seiner Seite? Ich hirn mich an ihm. Du warst mutig. Du warst mutig, ja. Ich hirn mich an dich. B. Nein, ich hirn mich an dich. Was? Oh, warte, ich hab falsch gedrückt. Ah, scheiße, nochmal davon. Ah, B, blöd, Mann. Warte mal. Weil an. Ach, Dennis, ey. Das war doof. Ja, ja, tut mir leid. Ich erinnere mich an dich, steht da nicht. Das ist dich brutal verlesen. Ja, total verklickt. Warte, 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 warte. Und wieder schneiden. Nicht scheiterschlimm. Kann ja einfach schneiden bei dem Spiel hier. B, B, B. Oh, blöd, Mann, ey. Ja, ist ja nicht schlimm. Es sind nur 20 Minuten. Doch, ist es. Ich muss aufs Klo. Ach, komm, das ist ja richtig. Wir sind eh gleich fertig, dann auch. Wenn ihr ihn zerhauen hat, dann machen wir die Aufnahme. Komm mit mir. Als fellow Apostel von Technologie, ich dachte, ihr könnt das apprechieren. Bain und ich waren aufwarten, weil es ja mal diese Kameraktiven sind. Man darf halt nicht drüber quatschen. Ja, ein Eis-Explosive für das Feuer-Fail-Safe, das wir antworten und bekämpfen. Das ist nicht die impressionen Detail. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Komm schon, komm schon. Und wenn das kommt, dann weiterreden, ja? Okay. Achtung, jetzt geht's gleich los. Und jetzt. Nein, wir sind keine Ratte. Du warst mutig. Oh, ich glaub, das hat nicht geholfen. Was ist hier? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ah! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, was soll das denn jetzt? Vor allem, wenn die zu dir auftauchen, dann... Oh, hi, John. Ich glaub, die zerfleischt sich bald gegenseitig. Ach, komm, wenn ich mit Loyalty... Ich glaub, ich hab's nicht geholfen. Ich hab's nicht geholfen, um es zu holen, um es zu holen. Und... Es ist alles dein. Ja. Ich hab's nicht geholfen, um es zu holen, um es zu holen. Lotus entdeckt. Lotus entdeckt. Wir haben noch keine Location auf der schwarzen Seite gefunden. Aber wir haben uns den Kodenamen für was, was ihr nachher seid. Project Lotus. Ringe die Bälle? Und was ist Project Lotus? Was willst du? Wollt ihr nicht informieren, dass sie für mich arbeiten? Natürlich weiß sie, was das ist. Du? Du kannst nicht sogar diese beiden abkolluten. Puddin? Wollt ihr mich? Er ist loyal zu einem Fall. Ja, definitiv. Das ist gut für dich, weil du Hilfe brauchst. Der Mann, Baines Mann, du kannst vielleicht, möglicherweise, vielleicht nicht, Ja. Ich bin alleine. Ich bin wirklich der einzige Mann für den Job. Ich und nur B. Er sagt das, was sie hören möchte. Und der hat ihren Kopf gekriegt. Er hat einen Time-Out gekriegt. Kommt auf die stille Treppe. Und du? Wir müssen sprechen. Oh, 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 sie hat einen Verdacht. Bruce, Bruce, Bruce. Oh, das habe ich Bruce geschrieben. Das hier ist einer meiner Lieblings-Töne. Er hilft mir, Boring-Töne zu schönen Dinge zu machen. Ah, okay. Kannst du ein smarter Typ sein und bekommst noch einer meiner Lieblings-Töne? Äh, deine Fan-Out-Out-Out. John, ich. Äh, dein Hammer. John. John? Ja. Ich hätte jetzt der Hammer gesagt, aber ja. John? Oh, schau mal an das. Es sind fantastische Neurons, und sie sind nach allem. Danke sehr. You two are getting a little too close for comfort. So I'm making a new rule. Hands, or off. Point is, John's name and mine are alone. So don't play with my toys, or I'll bash in that pretty face. Aha, sie will nicht, dass wir ihn, äh, emanzipieren, nicht wahr, Aike? Sie will ihn, äh. Sie will ihn, äh? Sie will ihn, äh. Sie will ihn, äh? Sie will ihn als Stoßtier haben. Sie will ihn als Stoßtier haben. Albert, get a suit ready for drop-off. Was ist er, was ist er, der einfachste Job seit Jahren? Hihihihi. Ja, einfach rein und da raus. Macht sie einfach ein Selfie mit dem Laptop? Natürlich. Okay, also, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge vor. Kann man sagen, was man will. Ja, gut, dann stop. Selina ist mir echt eine Bitch. Ja, ja. Sie ist halt die Diebeln in dem Spiel. Das erwartest du, Eike. Ja, ja. Okay, also Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Episode 3 und dann versuchen wir mal, den Laptop von ihr zu schnappen. Das macht es uns bestimmt nicht einfach. Weil du willst nicht sagen, hier komm, hast du, fertig. Hier, bitteschön. Nein, nein, wahrscheinlich eher nicht. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Eike sagt Tschüss. Tschüss. Okay, first my pudding. Nein.